Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Stellwerk Sim. Wir sind heute mal in Hessen unterwegs und zwar im Stellwerk Gießen. Das dachte ich sah ganz interessant aus und liegt vielleicht nicht daran, dass Acton Mainline zu schwer für mich war. Doch ich wollte eigentlich Acton Mainline machen. Aber hui, da geht es ganz schön ab. Da muss ich noch ein bisschen üben, bevor ich das dann aufnehme und dann versuche wenig Chaos zu machen. Also machen wir erstmal Gießen. Gießen ist auch ein bisschen was los. Wir haben da Mainzler, wir haben da Marburg, Nieder, Fulda, Wetzlar und Friedberg, die uns da schön fleißig Züge schicken und natürlich Gießen selber mit so ein, zwei Bahnsteigen. Ja, da kommt auch schon einer von da hinten. Lassen wir natürlich rein auf Gleis 15. Weg kommst du. So ja, sind gerade noch ein paar Züge im Ein- und Ausfahren. Aber für mich da schon mal ein bisschen geübt. So, der 49884. Der fährt komplett durch nach Friedberg ohne anzuhalten. Das ist kein Problem. So, kannst du erstmal da so weiterfahren. Fürs Erste. Und dann haben wir hier die 49. Wo ist die 49? Das ist der da oben. Der fährt dann auf 31, 33 runter. Der war vorher auf Gleis 5. Gut. Momentan ruhig. Ah ja, was wir hier auch regelmäßig haben, ist Diesel zu E-Log wechseln. Da in dem Bereich hatte ich gerade vor der Aufnahme. Mal schauen, was uns sonst was erwarten wird. In-Game ist es momentan 14.31 Uhr. So, was haben wir denn vom Ersteller her so zu sagen. Der Knoten Gießen umfasst die Bahnhof für Gießen-Tersonenbahnhof mit einer Andeutung des Güterbahnhofs. Früher einmal Rangierbahnhof sowie den Bahnhofsteil Gießen-Bergwald. Auch hier hat der Wandel im Güterfeier zugeschlagen. Viele der Nahbedienungen erfolgen mittlerweile aus Wetzlar. Im Güterbahnhof befindet sich eine Holzverladung in den Gleisen der Ladestraßen und Abstellung für Baulogistik. Im Personenbahnhof kuppelt die RB aus Wetzlar mit dem RB aus Tresa und flügelt in der Gegenrichtung. Weiterhin müsst ihr einen Teil der Strecke Richtung Kassel und Friedberg steuern. Die Nachbarsteilberge sind Marburg, Lahn, Friedberg, Hess und Wetzlar an sich. Dann kommt wieder was aus Wetzlar. Du möchtest zum Güterbahnhof. Und auf 63 gibt es einen Personalwechsel. Da haben wir hier das tolle Gleis da. 63 Personalwechsel. Ein Fortsteht, lieber Kollege. Den lassen wir auch mal eins weiter fahren. 703. 703. Ach, das ist das da oben. Passt. Muss ich nichts machen. Ich brauche immer nochmal eine angepasste Playlist für sowas. Früher wegschicken kann ich auch kein so wirklich. Noch einer für Wetzlar. Gleis 11. Kriegen wir hin. Dies frei. Einfahrt haste, Kollege. Beziehungsweise in ein paar Sekunden. Ja, so Stellwerken macht mir zumindest ein bisschen mehr Spaß als wie ESTW. Wobei, ich werde mir mal den ESTW siebenmal angucken. Und dann mal ein bisschen Hands-on machen. Da brauche ich nochmal ein bisschen ein Tutorial mit How to Use ESTW. Aber sollte er machbar sein. Jetzt glaube ich, habe ich wirklich einen ruhigen Moment erwischt hier. So, der Zug aus Marburg, der durchheizt, ist jetzt dann auch schon mal da. So, 60 meldet sich. Will Wetzlar fahren. So, 803 da oben. Ja, passt. So, für den anderen können wir das auch schon mal voreinstellen hier. 60. Gut. Wieder einmal da fahren. Und Seiten sind alle noch normal. Sogar mit Verfrierung teilweise. Es ist nichts Schlimmes mit dabei. Gut, da einmal 15 Minuten. Aber ansonsten ist der Fahrplan soweit sauber. Noch. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Der nächste ist von 1a. Wir sind nach Marburg. Auch easy. Abfahrt 39. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Frag mich gerade, ob ich hier nicht auch ein Auto-Fahrstrasse hier rein mache. Ich glaube, die 8 und 2 brauche ich viel zu selten. Ja, ich glaube, ich mache das jetzt auch mal in die andere Richtung. Und wenn dann doch mal Überholung sein sollte, muss ich aber schnell reagieren. So, arbeitslos. Jetzt noch was zu tun, liebe Leute. Schreibst du von mir schon mal die Ausfahrt? Er hält hier oben einmal. Ich glaube, da können wir das auch machen. Gerade noch richtig. Und weiter nach Marburg. Fulda mit einem Zug. Verschickst du mir? Gleis 14. Haben wir drin. Oh, da kommt da jetzt auch einer. Wir haben was zu tun. Was bist du für einer? Kuppelt mit Wagen 5300. Okay. FGH 60 kuppelt mit Odds Lock. Und die Odds Lock haben wir da. FGB 215. Was ist das da unten? Dann tun sie das mal. Ja, sonst ist mir erst mal nichts zu tun. Und ein bisschen rumreinstehen da unten. Oh, Marburg 1 und dann 4a. Alles klar. Da hatte ich noch, bevor die Aufnahme gelaufen ist, ein kleines Upsi gehabt. Ich warst in den Güterzug reingefahren. Und da ist drin gestanden, ja, er muss hier auf die 3. Wegen der Überholung. Habe ich ihn auch auf die 3 geschickt. Und dann wäre es Zeit gewesen für ihn zum Abfahren. Dann sag ich, ja, du musst den Überholzug, kommt nicht. Dann schicke ich ihm raus. Und dann ist er gerade am rausfahren. Und dann kommt er eigentlich in den Zug von hinten. Auf den er hätte warten sollen. Ah, ja. Ist so typisch mein Chaos. So, 1a. Wetzlar. Ja, kriegst du. Bitteschön. Ja, sonst ist keiner komm, ne? Ja, passt. Äh, Ortslook. Wo bist du? Oder bist du noch am Fahren? Ah, jetzt. So, dann fahren wir bei dir auf die 60. Ähm. Ortslook. Vorzeitige Abfahrt. Ja. Mach's jetzt nicht. Ah, doch. Art. So, dann geht's nach... 444-49-S. Also wieder da rauf und dann da rein. Alle klar. Wetzlar, warum? Wetzlar. Gleis 9. Kein Problem. Der erste Zug, den ich da rein schicke. Brauche ich doch eigentlich... Gehen wir nochmal zu dem hier. 215, ja, ja, okay. Okay. Das war ja noch eigentlich ganz witzig, wenn man da irgendwie so ein Fenster hätte, in dem man sich Bilder von den Zügen anschauen könnte. Klar, das wäre ein bisschen ein extremer Aufwand, das abzubilden, aber... Keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie so eine S-Bahn anklickst, das ist dann irgendwie so ein Beispielbild von dem, was da halt in der Gegend rumfährt. So, Elfel nach Fulda. Du kriegst aber es. 61. Nach Wetzlar. Weg gleich frei, Kollege. Ich stelle es dir aber schon mal ein. Und da habe ich es eh auf Automatik. Schade, dass ich momentan keine Nachbarn habe. Wo wurde ich wieder alle in Hamburg unterwegs? Weiß nicht. Also Hamburg ist irgendwie dauerbesetzt. Dann ist es nicht der Bahnhof, aber ich weiß nicht. So durchgehend brauche ich ihn jetzt auch nicht. Ja, jeden Moment sollte da die Fahrstraße reinrollen. Und da ist sie. Oh, shit. Ich habe den 3289 vergessen. Der will ja auf Gleis 9. Ähm... Ach, nee, habe ich nicht vergessen. Ah! Ich habe es auf dem falschen Signal gemacht. Ah, Mann. Bravura! Guck genau hin, was du machst. So, die sind abgekupelt. Wunderbar. Der Lokführer wird sich aber was gedacht haben. Was macht der FTL da? Ist 49, Zwangsstehen. Ah, wie der meint. So, was steht eigentlich da oben auf der 22? 22. Am 16.36 fährst du erst auf 13. Ja, ich glaube, das werden wir in dem Video nicht mehr erleben, wie der da rausfährt. Da haben wir die 80. Bauzug. Der steht da bis 1951. Okay, das werden wir auch nicht erleben. Die 10 spät. Sprich, für uns jetzt erstmal gleich sperrend. So, die 63. Für das nächste ist noch. Marburg weg. Ich glaube, da können wir eigentlich schon mal den hier machen. Und wenn der dann durchgefahren ist, dann schickt man den in Richtung Marburg. Na, dann 34, 12, 39. Also, das ist der andere Zug da. Alles klar. 52, 52. Na ja, kommt dann schon ein bisschen was. Aber ich sag's euch, Acton Mainline ist so heftig. Weil du weißt, von allen zwei Seiten kriegst du dauernd Züge hier reingeschossen. Und da musst du dann aufpassen. Und da musst du dann aufpassen. Manche fahren dann in den Flughafen rein. Manche fahren dann wieder durch. Inklusive Überholungen. Dann hast du dann die ganzen Depotfahrten mit dazu. Es ist Chaos. Ah ja, und weil das natürlich nicht reicht, hast du da beim Flughafen auch noch so Pendelverkehr. Hm, spaßig, sag ich euch. Aber wenn da irgendwie ein Zug Schluck auf hat, oder sie irgendeinen Tunnel sperren, auf der Mainline, dann kommst du echt nicht schwitzen. Und da gibt's nicht wirklich einen ruhigen Moment. Dreimal hab ich es jetzt probiert, und dreimal hab ich neu anfangen müssen. Nee, nee, nee. Da muss ich mir noch irgendwie ein System überlegen. Komm, ich glaub, ich werd noch ein bisschen Paddington Station machen. Weil das gefällt mir da grad mit dem Jonglieren da, mit den Einfahrten. So, Kollege, komm rein. Die natürlich schon mal einstellen auf das da. Was, was, da geb ich... Ah, ich war da oben noch. Er soll da erstmal auf die Strecke rausdüsen. Oh, die wollen weiterfahren. Nach 2015. Hättet ihr auch da oben schicken können. Ah ja. Hat vorhin meine kleine D-Tour gemacht. Das ist eigentlich mit dir. 15.09 fährst du wieder weiter. Gleiches 9.15.16. Nö, jetzt nochmal weich. Ein bisschen Luft. Wann war das so spät hier weg? Hey, Friedberg. Nach Marburg. Der fährt einmal durch. Irgendwie bestimmt... Nee, ich war 2a da durch. Oh, Glieder. Dann sag ich, es wird ruhig und dann kommt was. Das wollte ich jetzt nicht. Gleiches 12. Bitteschön. Und dann auf die 135. Wie ist das? Ach, da hinten. Jetzt sind wir von 15.02 und auf der 128 schreiben. Also einmal so. Alle klar. Oh, jetzt weiß ich auch noch einer. Der will nach Friedberg über 3b. 3b da unten. Bitteschön. So, ihr könnt es dann wieder da reindüsen. So. 63 nach Marburg. Ja, das habe ich ja gemacht. Bei den 30-Sekunden-Meg. So, Friedbergzug. Friedbergzug. Äh, 5.18. Über 2a. So. Stell ich das schon mal ein. Und dann können wir wieder Kaffee trinken. Was ich, glaube ich, auch möglicherweise mal mache. Gibt nichts Besseres als einen guten Kaffee. Wobei, trinkt normalerweise mein Kaffee immer schwarz. Außer er schmeckt nicht gut. Dann halt mit Milch oder so. Aber, ich habe mir jetzt mal so einen Milchbehälter von Juhau gekauft. Das ist einfach nur so ein Glasding halt. Oder die Milch reinfüßt, sondern einfach so schneller halt die Kaffeemaschine anschließen kannst. Und jetzt sind die ich dazu, mir da immer ein Cappuccino zu machen. So schön mit Milchschau. Ist schon geil. Ah, ich siehe. Jetzt hätte ich den überholen lassen können. Den R.I.467.8. Der will nach 1a. Da können wir hier gleich die Wiederholung machen. Und du fährst dann auf. Also na, da geht es ja nicht. Weißt schon, was eingestellt ist. Wollen wir noch warten hier. Der ist jetzt auch auf dem Weg. Sehr gut. Gleis 12. Noch 135. Äh, einmal so. Einmal so, I guess. So, 15. Vor nach hinten. Musst dich warten auf mich. Okay. Hm, ich hätte natürlich... Ich hab gerade überlegt, ob ich den da nicht eins runterschicken sollte. Quasi für eine Überholung und dann fährt er wieder raus. 518. Das ist aber pünktlich. Das sind beide pünktlich. Und der nächste von da hinten. Sag mal. Auf die 5 und dann 29. Zwischenabstellung. Naja, kommt's nur rein. Wir haben noch Platz. So, irgendjemand schreibt mir da. Moin nach Gießen. Der... Loom4x. Seht man zwar nicht im Video, aber... Wahnsinn in die Richtung. Ja, jetzt einmal... Da drüben. Wo sitzt denn der drin? Ach, in Wetzlar sitzt der. Wir haben ähnliche Nachbarn. Schön. Aber wenn ich mir so anschaue, ne? In der ganzen Region sind wir nur zu zweit. Sonst keiner da. In der Lobby wieder was los. Ach ja. Ach nee. Jetzt habe ich wieder diesen komischen Anzeigepack da unten. Okay. Ich muss mal ganz kurz pausieren. So, da sind wir wieder da. Ja, überhaupt kein Stau hier da oben. Oder weil der kann jetzt gerade durchrauschen. Äh, der 4, 6, 7, 8. Und der auf die 1. Gut. Werde eingestellt. Was? Achtung, Sperren ab 1511 für ca. 25 Minuten aufgrund einerseits der starken Hitzegründe zwischen Großlin und Gießen Bergwalt zu reichen Gleisverwerfungen, um den Betrieb auf nicht zu halten, werden regelmäßig Kontrolldruck geführt. Hierfür müssen betroffene Gleise gesperrt werden. Folgende Signale und Weiche müssen gesperrt werden. S141, 142, 301. Bitte die Strecke römen. Elemente kurz darstellen. Ach, da oben. Ab 15... Ach, jetzt wird es spaßig hier. Okay. Das ist ungeil. Das hier muss ich AutoFS rot machen. Ach nein, AutoFS aus. So, hier AutoFS aus. Ja, wobei, ich glaube, den kann ich jetzt hier noch durchschicken. Ja, den schicken wir jetzt auch noch da rein. Ja, geil. Kleines Wechselbetrieb da oben. Zwischen Großrindl und Gießenbergwalt. Wo ist Gießenbergwalt? Ach so, ja. Das ist hier unten. Cool. Sehr cool. Eigentlich nicht cool. Aber okay, dann haben wir ein bisschen Action. Gleisverwerfungen. Gleisverwerfungen. Welche Hitze denn? Und so hat es Schietwetter. Das war gestern auch so witzig. Die ist gerade gewesen. Mit Joschi unterhalten. Wohnt ja nicht so weit weg von mir. Also, was man halt in der Schweiz halt nicht so weit definieren kann. Dachte ich noch, naja, bei mir Schietwetter. Und er sagt, ja, alles super Wetter. Richtig schön. Zwei Stunden später. Was auch scheiße bei ihm. Ach ja. Ja, da ist ein Zugrot. S145. Ach so, das ist der Kollege da oben. 11 Minuten habe ich noch. Ja, ja, da fahren die schon durch. Das ist das erste Mal, dass ich so eine Meldung bekommen habe. Der Zug auf der 135 ist da oben. Wie lange bleibst du da? Der wird mir noch gar nicht angezeigt. Zug gelegt. Da fährt noch mal eins weiter. So, drei B fährt noch Friedberg. Ohne Halt. Ah, okay. Bei den Weichen hier oben noch. Ah, diese Güterkollege. Der da, ne? Nice. NR, gleich 5 nach 29. 5 nach 29. Als Zwischenabstellung. Und dann wieder auf die 5. Aha. Warum er auf der 29? Jetzt lag Güter. Wird noch Friedberg. FG B220. Ach, warte mal. Der, ne, ich habe falsch geguckt. Der kommt von da unten. FG B220. FG 802. Das ist der erste, was da oben rein donnert. Sechs Minuten Verspätung. Ja, fährst du erstmal so. 135. Ich möchte jetzt da nach hinten fahren. Bitteschön. Kannst du haben. So, der will auf Gleis 5. Auch schon mal eingestellt. Also wird das dann da oben gleich richtig geschwert, so wie es, wenn man es erkennt, wo es noch geschwert ist, wenn man in die Szenerie reinkommt. Oder so einfach dann nichts zuschicken. Lass bei uns mal überraschen. Ist so für mich selber, glaube ich, ich kann es ja nicht sperren. Also, dass ich eben auslasse. So, der Güterzugkollege, den tue ich jetzt auch schon mal einstellen. Lauf der Wege schmiert. Oh, stimmt ja. 5, 1, 8, 2, 6. Ja, Marburg. Und eins weiter. Viel Spaß da oben. Oder unten. Je nachdem. Ich weiß gar nicht, wie es geografisch ist. Wo hier oben unten ist. So, nächste Ausfahrten. 4 nach Marburg um 9 nach. 9 nach auch nach Wetzlar. Hier fangt 2 gleich ab. Und dann 11 nach Nieder. Und dann mit der Wetzlar um 16 nach. Ich würde das jetzt unbedingt nur sehen, da mit der Sperre. Nicht ganz 5 Minuten noch. Hier ist der Rot. Achso, das ist der Güterzug für Friedberg. Da hinten. Also ich hoffe mal, dass ich die Züge bis dahin noch schicken kann. Und dann da runter. Und ansonsten das Kreiswechselbetrieb bis hier hin. Das ist lohngeil, aber ja, geht auch. Lass uns überraschen. So, Zug Marburg. In 1 einmal halten. Geht dann weiter auf die 4, wo dann gekoppelt wird. Alles klar. Moment mal. 2, 5, 1, 1, 9. Geht dann weiter auf die 4, wo dann die Züge hinbekommen ist. Okay. Okay, aber wer steht denn da auf 4a? Junge, da muss der weg. Da kommt gleich zwei andere Züge. Das war's. Ich gebe dir schon mal die Ausfahrt. Der fährt dann eh auch wieder nach Marburg. Gebe ich da schon mal. So, 5 nach 29. Kannst du dich mal da hinstellen, warum auch immer du da auf 29 ewig lang rumstehen musst. Hätte ich woanders hingestellt. Vorgabe ist Vorgabe. Kommt pünktlich zu dir rüber, fährt gerade durch Hoffen. Ja. Für wenn es 20, 119 kommt. Erstmal ohne Einfahrt. Ja, wobei, doch, könnte ich ihm schon geben. 1a Wetzner. Ich glaube, der fährt immer erst zuerst aus. Und dann machen wir dann mal die Meldung. RIP 6 7 8 5 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 6 6 7 7 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 12 13 14 17 15 15 15 15 15 15 15 16 17 16 er eben vorsichtig hier das machen wir nicht zuerst 15 findet kommt 25 ich hätte gerne das interface ein bisschen größer ja doch wahrscheinlich vier kontrollieren mit dem zug oben 15 sekunden noch bis zur sperre ja 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 hm da dachte ich passiert ein bisschen mehr so Friedberg nach Wetzlar Güter oder finde ich das jetzt uncool, dass da rein eine Vorstraße ist? das war dann mal hm er macht doch nix ja gut ja gut also wir schicken den erstmal nach da unten du bist dann auf die 2.16 für ein paar Minuten kannst du haben fuller doch da wieder hallo bis auf bis auf 11 kein Problem immer rein mit dir 6 9 208 wird mir gerade angekündigt hoit heute rollt's hahaha ich beginne jetzt mit der Streckensperrung rote Signale werden von uns bis zum Ende der Sperrung verriegelt Ah, jetzt Und da auch Okay Doch was passiert Ja, noch habe ich kein Problem damit Wetzlar Güter Und noch Friedberg Ja, von erstmal hier rein Der muss jetzt warten Aber jetzt kommen die Züge Marburg Nach Friedberg fährt komplett durch Es wird kuschelig, liebe Leute Ja, geil Jetzt kommen sie alle Sperrung ist vollständig Was soll das jetzt heißen Wisst ihr was, dann kann ich eigentlich das Autogleis Bei der Autofahrstraße bis hierhin eigentlich schon mal einstellen Whisky auswalten nochmal Noch einer von Alter Sag mal, Leute Jetzt wird die Sperre da Jetzt müssen sie mich zutexten hier damit Zügen, ist ja, ist klar Da muss das Fgr62, wo bist du hin? Du bist nach Marburg Ja, kriegen wir hin Ja, kriegen wir hin Hier war gleich 6 nach Marburg Ja, ich glaube pünktlich Ich will jetzt schwierig werden Gleis 9 nach Wetzlar Gleis 9 nach Wetzlar Ich habe eine Meldung gemacht Züge RE sind gekoppelt Freut mich Jetzt sind Fuller Jetzt will ich meine Züge hier loswerden Jetzt hat er gerade gemeint Wie kommen wir schon hin Wenn man was zurückhalten soll Gescheit Ja, Wetzlar Die Sperre ist nicht zu dir rüber Friedberg So, 50 252 Was Bist du für einer? Das ist der, was durchfährt Na komm, weißt du, fährst jetzt da gerade mal hinterher Von Da nach Da oben geht das? Wieso kann ich das nicht machen? Hä? Oder muss ich doch mit alternative Fahrstraße jetzt hier arbeiten? Naja, ist doch wieder geil Ach man Da habe ich schon wieder Freude So, 514 nur 2 514 nur 2 Ja Einmal durchfahrzug Okay Checken mal die Weichen Einmal weiche geradeaus Gerade, gerade, gerade Geht jetzt da nach oben Okay Wie war das jetzt nochmal? War das das UFGT? Ich glaube ja Probier's mal Oder war das Erstsignal UFGT Nee Der lässt mich das nicht machen Die Weiche da Ja, jetzt geht's hier nach unten Ah, ich will hier nicht da unten so rumleiten müssen Ansonsten kriegst du jetzt von mir Ersatzsignal So 692 Achso, ja, das ist der da unten Ah, da kommen auch wieder Züge rein Auf welchen Gleis Eh nicht zu dir Richtung Ritberg Toll, toll, toll Wow Keine Gnade für mich Ah Ah Mal hoffen, dass er so fährt, wie ich das will So 11 Nach Wetzlar Komm weg mit dir Äh RB 25 36 2 Komm Ah Wer klingelt? Wo ist das Gleis? Nach da unten Was bist denn du für einer? 2 15 2 17 2 2 15 2 17 Und der von 44 Wo ist der? Der will nach Nidda Über 12 Ah Ja, weißt du was, du bleibst da hinten erstmal noch Ist gerade ein bisschen ungünstig Ähm Weißt du was Den Kollegen Schicke ich jetzt mal kurz durch Platz 4 Friedberg Ah, geil Was ist mit Kollege 202 Hier drin Ah, okay Er fährt weiter Jetzt haben wir Stau Cool Ich hab Freude Ja, du bleibst so lang stehen, wie ich das sag Wo war der N2 16 Nee, der nervt erstmal nicht Ersatzsignal ist halt scheiße Mit der Geschwindigkeit Ich muss mir das mal angucken, wie das war Mit der alternativen Fahrstraße Aber fahren tut er schon mal richtig Aber fahren tut er schon mal richtig Aber ich weiß Ein paar von euch tun jetzt mal richtig den Kopf schüttelt Es hätt so gut laufen können Es hätt so gut laufen können So, was war denn jetzt nochmal für die Zugnummer da oben War das der, was nochmal durchfährt? Und ich meinte ja Ja, ne 5-0 Mal gucken wir mal schnell 5-0 2-5-2 Ja, der fährt durch Okay So, du kannst eins weiterfahren Äh Und dann schickt man den von Gleis 4 hinterher Jetzt drei Züge, die stehen Also, wie gesagt Vers 145 Das ist der da oben 378 Das ist 378 Ach, das ist der da hinten Der will ja auch nach Marburg Ah Shit, den habe ich vergessen Uff, sorry Kollege Du darfst gleich fahren Gleis 4 Ausfahrt Darfst euch nur Chaos jetzt Was ist los? Gleis Sperre ist los Gleis Wechselbetrieb hier So, 4 Sätze ist in Bewegung Okay Lassen wir jetzt gerade alle mal durch Bevor der jetzt hier weiterfährt Ach, jetzt habe ich noch die eine lockt Aber Was willst du? Einmal Auf die andere Seite 2.17 Ja, komm Fangen wir da rein S364 Wo ist 364? Oh je Das kann ich gleich zweimal machen Okay, fährt Wo ist denn? 76 76 76 76 76 76 Achso, ja den Kollegen haben wir da noch von 44 Wir haben über 12 noch gießen Machen wir das mal schnell Ah, der will noch nieder So Dann ist der aus dem Weg Die Fahrgäste sind heute ein bisschen unhappy Wie Wie machen wir das bei dir im geilsten? Ich glaube ich fass hier mal auf die 212 Und dann so wieder rein Und dann war das Schlimmste erst einmal erledigt Wenn wir den hier wieder in den Bahnhof reinkriegen Ja, vielleicht schlauer gewesen Wenn ich wirklich Einen so geschickt habe Dann wieder so Und dann da rum Dann hätte ich jetzt nicht so eine lange Standzeit Wetzlar Güter Nein, du wirst warten Kannst mal bis hier hin fahren Nerv nicht Der nächste von Friedberg In Intercity sogar Oh, scheiße Das wird heute nichts mehr 31,33 Süd Noch 49 Ja, ja Kommt es noch rein Die bei Nodes Wo sind das für Züge Da bin ich noch 76 Kommt ihr da einfach mal so rein Geschossen hier Ja, gleich ist frei Und dann müssen wir die 2 erstmal durchschicken So, mach frei, Kollege Ich schalte dies da schon mal ein 6 Minuten stehen Spiel mal Trend aber 2 Das sind 6 Minuten gar nichts Ah ja, suboptimal Suboptimal Du kannst dann hier 1-2 fahren Du fährst dann auch wieder hier runter Aber das gibt es doch nicht Das mit dem UFGT da Dann weiche hier wieder nach oben Weiche nach unten Die sind alle gerade Wieso geht denn das nicht Ich verstehe es nicht Wieso geht denn die ganz normale Fahrstrasse da nicht? Und so schicken ist sowieso ein bisschen Wahnsinn Hm Das war ja nicht SH, oder? Ne Okay Ich muss mir das nochmal mit der alternativen Fahrstrasse angucken Aber ich glaube ich werde das nicht mehr rausgeben Sonst fahren die alle hier da auf super langsam Und es dauert noch länger Hm Also wenn ich mich jetzt benoten müsste So von 1 bis 5 Wo 5 das schlechteste ist Dann würde ich jetzt mal sagen Ist es eine 3- Wäre halt nur diese blöde Sperre hier nicht gekommen Aber ja Ich muss nochmal reingucken Wie man das mit der anderen Fahrstrasse macht Das wäre jetzt natürlich ein bisschen hilfreich Wenn ihr euch gefallen habt Reist doch einen Daumen nach oben da Und dann Bis bald Zum nächsten Chaos Hier in Stellwerk Ja liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr Bis denn dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Tschau tschau